Paul ist mit Heike beim Arzt. Er hat schon wieder einen Infekt, der einfach nicht weggehen will. Auch Heike schildert ihre andauernde Erschöpfung, Magenbeschwerden und ständige Belastung im Beruf. Der Arzt sieht nur noch die Möglichkeit, eine Mutter-Kind-Kur zu verschreiben. Der Arzt erklärt, dass Erwachsene diese Kur in Anspruch nehmen können, sobald Überlastung in Kindererziehung, Beruf, Haushalt und so weiter vorliegt. Erschöpfungssyndrome wie Magen- oder Rückenschmerzen oder Herz-Kreislauf-Störungen sind dafür Anzeichen. Paul ist mit seiner Krankengeschichte stark infektanfällig und ihm würde eine Mutter-Kind-Kur ebenfalls sehr gut tun. Im Übrigen gibt es eine Menge Kliniken, die die verschiedensten Spezialisierungen haben. Trennung, Abschied, Raucherentwöhnung, Adipositas. Zuzahlen muss man lediglich 10% der Fahrtkosten, mindestens 5 Euro, maximal 10 Euro der Fahrtkosten pro Fahrt. Bei der BIC gibt es extra eine Suchmaschine für die jeweiligen Kliniken. Man kann sich direkt an die BIC wenden wegen einer Kurgenehmigung. Sobald dem Kurantrag durch die BIC zugestimmt wurde, setzt sich eine Beratungsstelle eines Kooperationspartners mit ihnen in Verbindung. Kurzeitraum und Kurklinik werden mit ihnen gemeinsam vereinbart. Mutter-Vater-Kind-Kuren dauern in der Regel drei Wochen. Bis auf die gesetzliche Zuzahlung für Erwachsene in Höhe von 10 Euro pro Tag übernimmt die BIC die gesamten Kosten der Maßnahme. Dabei richtet sich die Auswahl der Klinik nach medizinischen Gesichtspunkten, also solchen, die ihnen helfen können und nicht nach Kliniken, die nahegelegen sind. Paul freut sich, mit seiner Mama in die Kur fahren zu dürfen und Heike kann es kaum glauben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020